Ja, es gibt eine Sache, die beschäftigt mich schon, seit ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und das ist, dass andauernd jemand von euch kommt und fragt, hä, wieso arbeitest du als Chemikerin eigentlich in der Pressestelle? Ja, und dann dachte ich, heute erkläre ich es euch. Ja, die Sache hat drei Dinge gemeinsam, die möchte ich euch mal kurz so ein bisschen demonstrieren. Es gibt eigentlich drei so Aufgaben, die brauchst du im Labor und die brauche ich auch in meiner täglichen Arbeit. Ah, hier geht es. Genau. Look, hier drüben passiert was. Ja, wir Chemiker, wir mischen gerne Sachen zusammen, das wisst ihr. Wir haben da irgendwie so Flüssigkeiten und gucken dann, was passiert, wenn wir die irgendwo anders reinschütten. Ja, sieht ganz nett aus, ist irgendwie rosa. Gefällt mir aber nicht so gut, mal gucken, was passiert. Und wenn wir dann am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sind, was Schönes haben, grünes Licht für die Forschung, dann gefällt uns das ganz gut. Ja, das Mischen ist auch in der Pressestelle ganz wichtig. Ich nehme so eine Studie von euch, gucke da ein bisschen rein, dann denke ich, was ist das eigentlich, rufe ich euch mal an, schreibe ein Zitat von euch auf, mixe es noch ein bisschen zusammen, recherchiere was und am Ende kriege ich eine Pressemeldung und hoffentlich gefällt die euch dann auch und hoffentlich ist immer noch alles richtig. Also ganz grundlegend die richtige Mischung. Ja, wir Chemiker, wir sind nicht nur im Labor, sondern wir haben auch so ein paar andere Probleme, vor allem die theoretischen Chemiker. Das sieht dann so ein bisschen unschön aus und wir sagen uns dann, boah, also das hier oben, das nennen wir mal Nabla, dann tun wir da unten irgendwie noch ein bisschen was vereinfachen, das ist H, das ist E und am Ende kriegen wir dann was raus, damit, joa, denkt jeder, er kann damit leben, ist nett, ist einfach, kann man mit arbeiten. Ja, das machen wir ganz ähnlich, wir haben ähnliche Probleme. Ausgehend von einer Hypothese, eines Worst-Case-Szenarios, erfolgte Definition von Bla, Bla, Evaluation, Berücksichtigung relevanter Faktoren und so weiter und so fort. Klingt super, voll gut. Ist bestimmt alles richtig, aber jetzt ganz ehrlich, also für den Laien sieht es so aus. Und wenn der Laie sich das mal so ein bisschen vertont, dann klingt es so. Und damit wir diesen Effekt bei euren potenziellen Kunden eben nicht hervorrufen, machen wir dann so schöne Sätze wie, dass Fraunhofer ihr heute herausgefunden, dass satte Mitarbeiter leistungsfähiger sind als hungrige. Zum Beispiel. Nette Message, versteht jeder. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben jetzt ein bisschen was zusammengemischt. Wir haben das Ganze soweit vereinfacht, dass es jeder versteht. Aber damit der Funke es überspringt und es alle wirklich auch hören und mitbekommen, brauchen wir ein paar Vermittler. Wir haben dann so die Journalisten bei uns hier. Hallo Philipp, hey. Schön dich zu sehen, Mann. Ja, wir können uns auch duzen. Pressemitteilung hast du gelesen. Toll, dass du hier bist. Setz dich einfach, mach es dir gemütlich. Fühl dich wieder heim. Mach einfach, wonach dir so ist. Wie zu Hause, genau. Also, die Journalisten. Ganz, ganz wichtig. Die Journalisten müssen sich wohlfühlen. Wir kriegen nicht nur unsere Pressemitteilungen. Wir rufen die auch an. Wir reden mit denen. Wir machen so ein bisschen hier, ja, well, feeling, feeling well, wie auch immer, Wellnesszeugs. Hauptsache, denen geht es gut. So, dann schreiben die über euch und dann kommen eure nächsten Kunden und sagen, hey, ich habe gelesen, das Frauenhofer-EU macht tolle Sachen. Das brauche ich auch. Ja, wir Chemiker brauchen auch manchmal ein bisschen einen Vermittler. Denn, ganz ehrlich, chemische Experimente funktionieren meistens erstmal nicht. Zum Beispiel, ich habe hier Zucker und ich möchte diesen Zucker verbrennen. Jeder, der mal Karamellborgs gegessen hat, weiß, Zucker verbrennen, vergiss es. Das riecht vielleicht lecker und es schmeckt vielleicht lecker, aber es brennt nicht. Aber der Philipp hat mir netterweise ein bisschen Asche hinterlassen. Mal gucken, wenn ich das da reinmische, so als Vermittler, wir nennen das Katalysator in der Chemie. Vielleicht tut sich dann ja was. Ich muss ruhig großzügig sein erstmal. Gucken, was passiert. Ja, und so ist es in der Chemie. Es funktioniert nie auf Anhieb. Aber man muss eigentlich immer noch ein bisschen nachhelfen. Komm schon. Also bei mir daheim hat es wunderbar funktioniert. Und jetzt seht ihr auch, der Zucker brennt. Das war's. Das war's. �